Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 8. Es geht auf Richtung Finale. Jetzt folgt ein Bosskampf auf dem nächsten. Es wird irre, es wird crazy, es gibt Cutscenes. Es kommt jetzt auch die bescheuertste Stelle im Spiel. Also jetzt noch nicht. Jetzt kommt für dich noch coole Stelle. Du kannst es hören, oder? Jemand wartet auf dich. Aber möglicherweise den Reaktor-Output zu hoch eingestellt. Denn Modell stürmt fortwährend vorwärts und ist unmöglich zu kontrollieren. Von vorne durch nichts zu beschädigen. Allerdings hat der Depp es fertig gebracht, sich am Prompeller seine eigenen Arme abzusäbeln. Außerdem überhitzt bei zu langer... Äh, außerdem Überhitzung bei zu langer Laufzeit. Sorry. Oh Gott. Auf ganzer Linie ein Misserfolg. Ja, dann baue halt noch einen und mache weniger Energie-Output. Wie wäre es denn damit? So, ich brauche die jetzt wahrscheinlich öfter. Deswegen werde ich die jetzt ausnahmsweise mal auf die Schnellleiste legen. Verdammt nochmal, ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Die haben sich hier halt echt gedacht, wie können wir den Kettensägen-Gegner auf die Spitze treiben. Ich würde sagen, Mission erfolgreich. Sehr viel mehr Kettensägen-Gegner geht nicht mehr. Okay, Achtung, jetzt wird es so bescheuert. Weil jetzt war er überhitzt. Oh ne, er macht es nicht. Okay, er stürmt noch. Ah ja, jetzt. Jetzt kann er Feuer spucken. Natürlich. Weil sein Prompeller ist echt heiß oder so. Keine Ahnung. Das Nervige ist, der Boden bleibt wirklich brennend. Die ganze Zeit jetzt. Das ist super lästig. Ach, Mist. Oh oh, jetzt bin ich nicht unbedingt in der besten Position hier. Okay. Ja, er dreht jetzt ein bisschen durch. Ich muss schneller schießen. Ich darf nicht so lang zielen. Eine Magnum-Munition ist so wertvoll. Da denke ich mir immer so, will ich jetzt wirklich einen Schuss riskieren? Aber ja. Ja, wenn ich jetzt doch nur hinter ihn kommen würde, während er Feuer spuckt. Das wäre schön gewesen. Das wäre schön gewesen. Ah, ich habe aber auch kein Glück, Mensch. Komplexes Herz. Okay, sehr schön. Jetzt gehen wir noch kurz den Raum ab, weil hier liegt auf den ganzen Rohren und Leitungen aus irgendeinem Grund sehr viel Munition. Also natürlich aus dem Grund, damit der Spieler, falls ihm die Munition in dem Kampf ausgeht, mehr Munition finden kann. Aber so aus Echtweltlogik gesehen ist das schon seltsam. Ha. Vielleicht, ich glaube, dass hier das Spiel eventuell wirklich anhand der Menge, die man dabei hat, ermisst, wie viel hier liegen muss oder so. Wie auch immer, der erste von einer Reihe von ziemlich irren Kämpfen ist geschafft. Aber das war erst der Anfang. Das war noch gar nichts. Heisenbergs Zigarre. Sie hat nicht nur meinen Körper verändert, sie hat mir meine Würde genommen. Wenn ich sie nicht vernichte, wird mein Leben niemals mir gehören. Aber so gestört sie auch sein mag, sie ist stark. Dank des Megamyceten kann sie jede Gestalt annehmen. Meine einzige Chance ist das Bulk, Rose. Wenn ich mir ihre Macht zu eigen mache, könnte ich vielleicht, wo wir schon dabei sind, ihr Vater, Ethan, hat interessante körperliche Eigenschaften. Vielleicht kann ich ihn dazu bringen, mir zu helfen. Da hat sich Heisenberg aber auch selten dämlich angestellt, ne? Dass er sagt, ja, wir benutzen jetzt deine Tochter als Waffe. Warum sagt er denn das überhaupt? Warum sagt er denn nicht, wir retten die jetzt gemeinsam? Tja, in dem Spiel sind alle Charaktere ein bisschen doof manchmal. Vor allem Chris, muss man schon sagen. Oh, Moment mal. So, jetzt kommt einer der, ich finde, coolsten Bosscamper. Weil bescheuert. Ich mag das. Der gesamten Resident Evil-Reihe, würde ich fast sagen. Wunderschön bescheuert. Ob man hier runterfallen kann. Ich will es nicht testen. Okay. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Los geht's. Gerecht, Winters. Du bist hartnäckig, aber meine Rebellion wartet und du bist mir im Weh. Schau auf wie der Seel! Das ist doch ein Witz! Der Weg nach unten wäre viel schneller gewesen als den ganzen langen Weg nach oben. Kann man ja nicht vorher wissen, ne? Ich hatte dich gewarnt, Ethan. Halt dich raus! Was erwartest du von mir? Du hast meine Frau getötet, du Bastard! Glaubst du das ernsthaft? Chris ist so ein Trottel. Das war sie nicht. Das war Miranda. Was? Sie ist eine Biowaffe. Hat ihre Form verändert und ihr Mia vorgespielt. Die Schüsse hat sie auch überlebt, aber ich bringe das zu Ende. Bullshit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Weil ich wusste, du würdest dich einmischen! Und wir können bei so einem Auftrag keine Zivilisten gebrauchen! Warum wir, Chris? Was läuft hier eigentlich? Okay, Ethan. Oh Gott. Die Erklärung bin ich dir wohl schuldig. Ach was! Mal den Schlüssel. Kurz gesagt, Miranda ist eine Irre. Und das Dorf, die Monster, diese Freaks, hat sie erschaffen. Wohl in einem Experiment mit dem Pilz. Der Pilz. Wie in Louisiana. Verflucht. Ich dachte, ich könnte meine Familie retten. Ich kann ihn nicht weg! Ich kann gar nichts tun! Das stimmt nicht ganz. Sieh dir das an. Sie haben meine Männer mir vorhin geschickt. Miranda. Sind noch mehr. Rose! Scheiße! Wir müssen los! Ruhig! Meine Männer beobachten die Situation! Aber sie haben Rose! Kapier's endlich! Allein hast du gegen Miranda keine Chance! Ich bleibe hier und platziere die restlichen Sprengsätze. Du nimmst den Aufzug, wir treffen uns dann oben. Wir holen deine Tochter da raus, versprochen. So. Zusammen. Verlass dich drauf. Und wenn ich Miranda finde, bring ich sie um. Okay, dann. Nimm den hier. Und eins noch. Spiel nicht den Helden. Kein zurück mehr. Unhound Wolf Squad. Durchsuchung der Fabrik abgeschlossen. Keine Beweise über Verbindungen mit der Organisation. War wohl nicht unser Glückstag. Ich habe aber ein paar Dokumente mit Informationen über Mirandas Experimente gefunden, die unsere Vermutungen bestätigen. Sie scheint sich selbst mit dem Megamycet infiziert zu haben. Was ihr eine Reihe von Fähigkeiten gab. Darunter Mimikry. Sie kann also ihre Zellen kontrollieren und jede beliebige Gestalt annehmen. Sei es jemand oder etwas. Sie kann sich als Mir ausgeben, äh, sie hat sich als Mir ausgegeben und ist in Ethans Haus eingedrungen. Ihr Ziel war eindeutig die Empführung von Rose. Vielleicht dachte sie, es wäre leicht, die Kontrolle über Rose zu erlangen, wenn sie wie ihre Mutter aussieht. Egal. Es ist ein Baby. Was heißt denn die Kontrolle zu erlangen? Mit unseren Angriffen hat sie wohl nicht gerechnet. Deshalb musste sie ihren Tod vortäuschen. Später in Transport hat sie sich selbst wiederbelebt. Alle Mitfahrenden getötet. Außer Ethan und Rose. Und ist dann mit Rose verschwunden. Für sie lief es nicht ganz so wie geplant. Aber letztendlich hat sie bekommen, was sie wollte. Doch damit ist jetzt Schluss. Sobald ich die Fabrik gesprengt habe, stoße ich zu euch. Ein Kampf gegen Heisenberg ist wahrscheinlich. Aber ich habe hier etwas gefunden, das mir nützlich sein könnte. Ein Kampffahrzeug, das aus einem Metall-Polymer-Verbund zu bestehen scheint. Und das kann er mit seinen Kräften nicht kontrollieren. Mal sehen, wie ihm das schmeckt, Alpha. Na dann. Jetzt stürzen wir uns ins Vergnügen. Oder schauen wir uns noch mal ganz kurz um vorher. Kann ja nicht schaden. Aha. Einmal Heilung. Sehr gut. Einmal Tropflinten-Munition. Auch gut. Aber jetzt stürzen wir uns ins Abenteuer. Jetzt wird Panzer gefahren. Metall-Polymer-Verbund? Na, Hauptsache es schießt. Ich komme, Rose. Ami. Ami. Du Gottverdammte kleine Kacklaulake! Du glaubst, du bist mir der Wacken? Gut, dann bin ich wenigstens entschwungen, das Miststück! Lass uns das klären! Die echte Männer! Deine Leiche wird sich gut in meiner Armee machen! Ist das alles? Ach, das hat wehgetan! Ohne Scheiße! Beeindruckt! Bist du auch angeschnallt? So gefällt mir das! Das war weird! Das war weird! Aha! Mein Herz, pulsier! String dich an! Zeig mir, was du drauf hast! Mehr! Gib mir mehr! Hör, hör, du bist ein toter Mann! Tante! Hätte sich halt mal Fernwaffen gebaut aus seinem Superkörper, oder? Nichts als wertloser Mann, ihr Netten! Ich bin ein verdammter Freiheitskämpfer! Ein süßes Töchstischchen! Mit Behelden noch stärker zu werden! Nicht ihn! Gar nicht ihn! Hey! Tickter Tiefel! Die Zeit für Spiele ist vorbei! Okay! 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 Klipschstisch! Und wer könnt ihr los? Wir sind schade! Wir sind gut und machen! Nur bei den ganzen individuellen Tü hinwerfen hat. Noch was, ohne Schulz! Jeág! Zeit in den letzten必antsubauchten! 37% Ah, ich glaub wir haben's schon. Aufnimm uns, wir sehen Ethan Winters. Du hättest meinen Deal annehmen sollen. Du siehst Rose in der Relle wieder. Erst krieg ich Miranda und dann gehört Rose Macht mir. Nein, nein, es ist noch nicht vorbei. Ich muss sie töten. Ja, Heisenbergs Hats. Ethan, was ist passiert? Da waren Explosionen. Heisenberg sind wir los. Jetzt suche ich Miranda und rette Rose. Nicht ohne mich. Es ist zu gefährlich. Warte dort, verstanden? Ethan? Rose? Ah, Mia? Aber... Unser Kind. Sie bedeutet uns so viel, hm? Für sie würde ich alles tun. Genau wie ich. Ohne Heisenberg fehlt dir jede Spur. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung, aber ich rette Rose. Du ahnst nie was, oder? Selbst Mia konnte ich dir vorspielen. Armer Ethan. Wer bist du? Wo ist Rose? Mirata. Genug. Weißt du noch, wie Evelyn den Pilz kontrollierte? Rose ist ihre Nachfolgerin. Nein, Rose ist ihre wahre, vollkommene Form. Sie wird alles um sich herum kontrollieren. Und sie wird mir gehören. Leck mich, du Miststück! Beruhige dich. Rose wird leben. Der Megamycid vergisst niemanden. Allerdings wird sie als meine Tochter wiedergeboren. Sie ist mein Kind, nicht deins. Wo bist du? Los, zeig dich! Was macht Rose so besonders? Sind es ihre Eltern? Denn du bist wirklich einzigartig. Aber ich habe genug von dir gelernt. Du hast als Versuchskaninchen ausgesorgt. Komm raus! Und zeig dich! Du feige Stück Scheiße! Keine Sorge, Evelyn. Dein Tod wird schmerzlos. Der Megamycid wird sich deiner annehmen. Ich werde später noch dein Blut untersuchen. Bei Tagesanbruch wird die Zeremonie beendet sein und ich werde ihre wahre Mutter auf ewig verbundenem Blut. Ich musste lange warten, aber jetzt wird mein Traum endlich wahr. In Gestalt von Rose werde ich mein wahres Kind wiedersehen. Boss, Tod von Ethan Winters bestätigt. Ich konnte die Leiche nicht bergen, aber ich hab's auf Band. Okay, kurze Zusammenfassung. Das Team und ich waren unachtsam. Gestern erfolgte ein Angriff auf Miranda, den sie überlebte. Wer hätte gedacht, sie könnte Leiche spielen? Jeder. Miranda könnte Ethan infiziert haben. Deshalb habe ich Rose und ihn mitgenommen. Aber das Fahrzeug mit den beiden wurde angegriffen. Als ich dort ankam, waren Ethan und Rose weg. Das letzte Mal, als ich mit Ethan Kontakt hatte, hörte ich Mirandas Stimme. Sie hat ihn getötet. Und damit kommt sie nicht davon. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. Drei Jahre dauert das Ganze jetzt schon. Drei Jahre zu lang. Wir kriegen Sie was. Team ist startklar. Die BSA ist also schon hier. Die lassen nichts anbrennen. Planänderungen? Nein. Das ändert gar nichts. Miranda töten. Rose retten. Das ist die Mission. Und wir dürfen nicht scheitern. Genießen wir es, Leute. Wie in alten Zeiten. Ausschwärmen. Roger. Okay, nein. Ich will wissen, warum die BSAA hier ist. Find raus, was du kannst. Okay, wird erledigt. Es ist schon eine Weile her, seit unserem letzten Einsatz. Welcher war es noch gleich? Die Wüste? Ich habe das Beobachten satt. Bin völlig eingerostet. Dafür wissen wir aber über Mirandas Pläne Bescheid. Dass sie sich in Mia verwandeln konnte, ist echt krass. Naja, fünf Treffer zwischen die Augen sind auch nicht von schlechten Eltern. Gruselig. Als ob die noch nie mit Biowaffen zu tun hatten, oder? Hey Alpha, sieh mal. BSAA. Die kennen echt nichts. Mein Gott. Das sieht ziemlich übel aus. Schon einen Plan, wie wir vorgehen? Erstmal müssen wir dieses Ding loswerden. Ich halte den Rücken frei. Dann mal los. Haltet nach feindlichen Biowaffen, Ausschau. Fürstanden. Kontakt mit Gruppe feindlicher Biowaffen. Es sind mehr als wir dachten. Passt bloß auf. Das ist jetzt wirklich die absolut unnötigste Stelle, die sie sich wirklich hätten sparen können. Die Gegner droppen nicht mal Loot. Was soll das alles hier? Das ist nicht gut, es ist Schadenreinz. Verstanden. BSAA-Fahrzeug gesichtet. Zwei Wachen. Die hole ich mir. Bleib nicht übermütig. Was ist das für ein Ding? Das ist alles. Da geht's. Dort finden wir sicher Miranda. Na los. Äh, ah ja. Hier. Große mutierte Biowaffe gesichtet. Der Pilz könnte infektiöse Sprung versprühen. Haltet auch die Masken auf. Was, ich bin's. Bin auf Position und bereit der Falle an der Statt zum Vorwein. Da dauert nicht lang. Verstanden. Hier, Tandra. Hinterlasse Munitionsnachschub in einem der Häuser. Bediene dich. In einem der Häuser? Ne, das glaube ich nicht, oder? Ne. Ich glaube, das hat sie nicht so gemeint. Ich glaube, die meinte in einem Hof oder so. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo's lang geht. Oh. Ne, ich weiß nicht mehr. Na, ich weiß nicht mehr. Ah. Ah. Von einer Mutter mit Zielkollern in dieser Hause habe ich noch mal gehört. Von einer Mutter mit Zielkollern. Okay. Ja, das geht jetzt eine ganze Weile genau so dahin ungefähr. Also so, ne? Naja. Synchron sterben. 10 von 10 Punk. Perfekte Werte. Ich hab noch nie so synchrones sterben gesehen. Ach, komm schon. Dann mach ich nix dafür, wenn du verspätet kommst. Jetzt kommt die doofste Stelle. Eine Arena mit endlosen Gegnerwälden kommt jetzt, wirklich. Das ist das billigste, was man machen kann in einem Spiel. Ähm, nicht. Finde ich total nervig. Ach was. Das ist womöglich so ziemlich die sicherste Stelle da oben. Der Pilz breitet sich rasant aus. Ach, sagte er. So, wartet mal ganz kurz, meine lieben Monsterfreunde. Kommt schon, die lassen mich nicht mal ne Granate werfen. Alter, Blendgranate und so. Was ist denn? Warum funktionieren die heute nicht bei euch? Okay, wir haben hier eine blöde Situation. Dammit. Hier oben ist man am sichersten. Ja, ja. Ach, komm schon. Mein Gott. Was ist denn hier los mit euch? Hallo. Ja. Eine etwas nervige Stelle, wenn ihr mich fragt. Eine etwas nervige Stelle. Wenn nicht sogar super nervig. Ah, das drückt mich ein Pfeil, ey. Wie nervig. Könnt ihr denn alle miteinander bitte sein? Furchtbar, oder? Furchtbar. Vor allem hören die nicht auf. Es ist nicht so, dass ich alle töten könnte oder so. Na, Gott sei Dank. Und aus irgendeinem Grund sterben dann auch alle? Die Stelle ist einfach total doof, finde ich. Wann kommen wir hinten? Fast schon lustig, wie doof die ist. Na gut, weiter geht's. Also, was sie sich hier an der Stelle gedacht haben, ich weiß es nicht. Ich finde es total bekloppt. Ich habe den Pilz mit einer Probe aus dem Haus der Bakers verglichen und es gibt keine Anzeichen für Genomeditierung wie bei der E-Serie. Das Zeug stammt von hier. Du machst den Megamits hinten, was? Ups, wir haben so viel Munition. So, wartet mal schnell. Die Blendgranaten werden nämlich bei dem Boss nachher noch wichtig. Verkürzlich zumindest. Okay, markiere das Ziel per laser. Hey, Mama, die haben wir da. Das ist nicht, Mama. Not the goods. Ich kann schon nachladen. Okay. Nein, nicht noch eine Blendgranate. Jetzt hat er meinen Waffenwechsel wieder nicht übernommen. Das nervt. Okay, ich glaube, wir haben ihn. Stecken wir in die Hosentasche, das Ding. Und weiter geht's. Somit hätten wir Chris' Passage hier quasi hinter uns gebracht. Ich finde die nur doof. Und nervig. Ich denke nicht, dass Miranda sie noch brauchte. Ich blick das alles nicht. Wie konnte Miranda von Rose wissen? Hat's auf Mutterleaks gelesen vielleicht? Dafür haben wir später Zeit. Jetzt hat die Mission Vorrang. Da ist er. Der Megamycet. Alpha an Team. Ich bin jetzt bei Megamycet. Dann können wir das Ganze endlich beenden. Wurde aber auch Zeit. in zwei Sprengsatz platziert. Genug, um das ganze Dorf hochzujagen. Hauen wir ab und machen der Scheißkampf platt. Nicht bevor Miranda tot ist. Ich gehe kein Risiko mehr ein. Ich gehe rein. Okay. Viel Glück. Boss, ich habe freie Sicht auf Miranda bei der Zeremonie. Abstand halten. Niemand rührt sich ohne meinen Befehl. Ich weiß, es ist zu spät, aber wir hätten Ethan in den Plan einweihen sollen. Ja. Dazu war nicht die Zeit. Nein. Und Miranda wurde früher aktiv als erwartet. Nein. Dafür war nicht die Zeit. Trotzdem, du hättest es ihm sagen sollen. Ja. Ja. Wenigstens weiß das Spiel, dass es dämlich ist. Das muss Mirandas Labor sein. Mirandas Labor. Na, dann gucken wir mal. Hier haben wir drei Bücher, vier Bücher mit vier Adelshäuser, Symbolen. Das Buch mit der Meerjungfrau. Proband Salvatore Moreau. Cordeau, Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion, unerwartet schlecht. Das Cordeau hat dem Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen. Also, das Cordeau hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiemen und eine Schwimmblase ausgebildet. Aufgrund seiner irregulären ich kann echt nicht mehr reden heute. Mein Gott. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viel Mangel als Hülle für Iva nicht geeignet. Proband Alcina Dimitrescu. Cordeau-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell in Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis, wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihren Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Iva ungeeignet. Proband Karl Heisenberg. Cordeau-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle von Iva nicht geeignet. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Karl Heisenberg kommt mir wie eine ziemlich gute Hülle vor. Ich meine, man könnte argumentieren, dass Miranda einen weiblichen Körper für ihre Tochter haben will, aber warum dann überhaupt Experimente mit Männern machen? Proband Donner Beniviento. Cordeau-Kompatibilität gut. Hirnfunktion normal, aber schwer geisteskrank. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz aussenden, mit der Mutamycet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Cordeau an ihre Puppe verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Äh, an ihre Puppen. Plural, genau. Als Hülle für Iva nicht geeignet. Cordeau. Damit kontrollieren sie also die Bio... Damit kontrollieren sie die Bierproduktion. Nur Waffen. Ach so, fast. Das dürfte dem Aussehen nach wahrscheinlich Evelyn sein, die sie da auf dem Arm hat. Nicht ihre eigene Tochter. Genau, hier auch noch mal Evelyn. Und hier auch noch mal Evelyn. Das dürfte wahrscheinlich hier Spencer sein. Der junge Spencer, der aus irgendeinem Grund hier eine Expedition macht oder so. Keine Ahnung. Und hier noch mal. Der endlich neue Spencer-Bilder. Das finde ich schon gut. Miranda, ich bedauere zutiefst, sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarung, die mir während meines Besuchs an ihrem Dorf zuteil wurde, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infiziert und so verwandeln kann. Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen Moment Ich bin mir nicht sicher, ob das zeitlich hingeht, dass da schon der zweite Weltkrieg vorbei war. Umbrella wurde Na gut, Umbrella wurde erst in den 60ern gegründet. Das könnte dann schon sein, aber da war Spencer auch nicht mehr der Da müsste ich mal nachrechnen. Aber gut, okay. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinem Bestreben. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von meiner unterscheidet. Sie wollen eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich will die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllen nicht die Anforderungen für eine sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebe. Ein Virus wäre dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, ihn nie lebwohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich ihn Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor. Ein in Afrika heimischer Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforschen. Sie wird Umbrella heißen, nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt. Dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig, Ihr Schüler Oswald E. Spencer. Spencer? Hier? Ich glaube es nicht. Tja, viel rumgekommen. Da haben wir Evelyn. Da haben wir von rechts nach links Mia, einen unbekannten Forscher. Miranda, Evelyn, einen unbekannten Forscher. Mias Kollege aus dem siebten Teil, den man in dem Rückblick sieht. Einen unbekannten Forscher. Die alle wahrscheinlich zur Connection gehören. Und nochmal Miranda. Meine geliebte Eva, es ist jetzt 100 Jahre her, seit die Spanische Grippe dich mir wegnahm. Und ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyceten wieder zu mir holen. Ich muss die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Höhle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie in Kelche des Giganten im Regler des Megamyceten wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyceten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein. Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltete das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbierte es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutet, dass ich dich wieder zurückholen konnte. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich in den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich einen Parasiten namens Cadeau erschuf, aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alsina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lycans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagte, sie würde mir helfen. Also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Woher sie die auch immer hat, ne? Im Grunde. Aber ist ja egal. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt, Evelyn. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie wäre dir die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung endlich abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Iva. So, das dürfte die Original-Iva mit Evelyn früher sein. Sieht irgendwie einfach nicht aus wie ein Foto aus dem frühen 20. Jahrhundert, ne? Weiß auch nicht. Na dann. Nimm die Hände hoch! Amber is here Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher mir? Ja, geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia? Mia Winters? Genau dir. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir. Wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist... Warte. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Was meinst du mit Furt? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Du irrst dich! Ich wollte es geheim halten, aber... Du verstehst nicht, wie besonders er ist. Ich verstehe nicht, woher Mia das weiß, aber Ethan weiß es nicht. Und Chris nicht. Und die BSA nicht. Und sonst niemand. Das würde ich mich interessieren. Wie besonders Ethan ist. Wie das sein kann. Aber egal. Denk mir nicht zu viel drüber nach. Ist da jemand? Kalt. Scheiße, mein Körper. Du bist so dumm. Evelyn? Wie kalt das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine... Miranda... Sie... Nein. Ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor drei Jahren. Bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. Drei Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß. Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss... meine... meine... Tochter. Du bist schon lange tot. Tot! Ich... werde... Rose! Nein! 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 Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde. Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Ja, dein Körper. Na ja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen. Wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan. Ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Der große Reveal. Ethan ist in Wirklichkeit eine Biowaffe. Schon seit dem siebten Teil. All die Jahre. Und deswegen ist er so robust. Deswegen hält er so viel aus. Und deswegen ist er quasi unsterblich. Selbst ohne Herz. Aber, die große Frage, die sich jetzt stellt, ist, was ist der Duke? Weil ich meine, guckt euch mal hier die Umgebung an. Und wir sind gerade mit der Kutsche gefahren. Wie? Woher? Und was überhaupt? Was ist der Duke? Und warum kann er irgendwie anscheinend durch Raum reisen, der eigentlich unmöglich ist? Ist er Dr. Who? Ist er... Die Personifizierung des Megamycet? Ein allwissendes Superwesen. Wahrscheinlich. Das alles und mehr. Aber gerne. Aber gerne können wir jetzt erstmal noch ganz viel verkaufen. Nämlich Heisenbergs Herz. Ach, das war gar nicht Heisenbergs Herz. Das war Sturms Herz. Der Miniboss Heisenbergs Herz. Heisenbergs Zigarre. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Wähle mit Bedacht. Deine Bitte. Gib Acht. War auch nicht schlecht. Sollte zwar... Da sind zwar zwei Samples ineinander geglitscht. Aber wähle mit Bedacht. Bitte gib Acht. Ist auch gut. Okay. Dann geht's los. Gehen wir zu Miranda. Gehen wir zum Zeremonienplatz. Lasst mich in Ruhe. Einfach schwimmen. Meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Bist du es? Ich habe dich so vermisst. Was? Meine Kräfte verlassen mich. Rose. Rose. Miranda. Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort. Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Rose ist mei! Öffne Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder empfiehlt und in mehreren Zeiten zum Leben erregt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein. Das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar, wie du weißt, was es bedeutet, dein Kind zu lieben oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins! Der Mäler-Mizent hat mich aus der Verzweiflung gerettet. Ihr unsagbare Macht verliehen! Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Spüre den Zorn der Finsternis! Dammit! Warum? Warum ist der nicht explodiert? So ein Scheiß. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Wälder-Mizent schlafenst. Wenn ich Rose mit dem Mega-Mizenten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen! Hundert Jahre habe ich gewartet. Hundert! Nur für diesen Tag! Widerlich! Das Erlebenswild! Stimmt. Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr! Sie ist meine Tochter! Du krankes Miststück! Oh, Munition alle! Wartet mal kurz, vielleicht können wir nochmal schnell kraften. Ich kann jede Gestalt annehmen! Vogeln, Bestie, Hexen, sogar Diener! Das ist ein Ende, Ethan Winters! Nur um sich sicher zu gehen! Meine Tochter! Meine Hilfe! Meine Hilfe! Shh! An escort, Rose. An escort. Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan! Komm schon, Ethan! Wach auf! Oh nein! Chris! Ethan! Das war's! Es ist aus! Das war's wohl für beide von uns. Ethan! Wir müssen los! Komm weiter, Ethan! In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an! Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg! Verdammt! Mia wartet auf dich! Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt! Mia? Es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose auf! Hey, hey! Hey! Sag dir das selbst! Komm schon, es ist nicht mehr weit! Mann! Was? Ich bin los! Wir sind los! Was? Widerste noch, Rose. Verflucht! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Rose! Los, los, bring uns hier raus. Warte, wo ist Ethan? Schneller, wir müssen sofort weg. Nein, ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin. Wir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris? Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliegen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Dafür werden sie bezahlen. Und das war Resident Evil 8. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen leiser und rede mal drüber, weil ich befürchte, dieser Song hier ist wahrscheinlich urheberrechtlich geschützt. Schade. Ist ein cooler Song. Könnt ihr euch ja vielleicht dann mal woanders anhören. Das Outro von Resident Evil Village. Ja. Resident Evil 8. Resident Evil Village. Ein Spiel, das teilweise sehr doof ist und sehr bescheuert und over the top und voller Logiklöcher. Aber ich mag es wirklich sehr gerne. Es macht mir sehr viel Spaß. Ich finde, es ist einfach ein super Spiel mit einer super Motivations- und Progressionsmechanik. Dieses Upgraden der Waffen und diese verschiedenen Trophäen und die Freischaltbahnbonis und so weiter motivieren mich wirklich ziemlich, dass ich das Spiel bestimmt noch mehrfach durchspiele. Als nächstes steht jetzt wahrscheinlich erstmal ein Nahkampf-Waffen-Only-Run an. Den Söldner-Modus habe ich immer noch nicht auf super Rang geschafft. Ich weiß nicht, wie das möglich ist. Ich schaffe das nie. Ja, cooles Spiel. Wirklich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Insgesamt. Trotz oder vielleicht auch ein bisschen wegen seiner ganzen, na nicht wegen, nee, aber trotz seiner ganzen seltsamen Designentscheidungen und Unzulänglichkeiten. Man merkt auch wirklich sehr, wenn man sich die Artworks und so weiter anguckt, dass das Spiel eine wirklich holprige und irre Entwicklung wahrscheinlich durchgemacht hat. Weil wirklich in den Trailern, die über ein Jahr lang hinweg vor Release des Spiels veröffentlicht wurden, diese Trailer bestehen fast ausschließlich aus Szenen, die nicht im Spiel sind. Sagen wir zu 50 Prozent. Ich glaube, selbst Heisenbergs Augen-Design haben die nochmal verändert. Und es ist alles, ja, sehr viel hat sich verändert. Einige Figuren, die jetzt quasi wirklich nur so am Rande vorkommen, hätten Ernst, also hätten Protagonisten sein sollen anscheinend. Und diese ganze Chris-Passage fühlt sich auch einfach nur reingequetscht an, oder? Sehr seltsam, das Ganze. Sehr seltsam. Aber insgesamt ist das Endprodukt, finde ich, sehr gut geworden. Ein sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Ein sehr gutes Videospiel. Ich mache jetzt wieder an. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zornes erfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter. Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich. Das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die Wüste-Landschaft blickt, wie es sich beim Bärenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hallo, mein Zies! So. Und jetzt kriegen wir noch ein paar nette Artworks, die auch darauf hinweisen, dass das Spiel früher eben ein bisschen anders hätte sein sollen. Aber vor allem kriegen wir natürlich noch eine Post-Credit-Szene. Auf die warten wir natürlich noch. Ich klinge mich jetzt allerdings schon mal aus. Ich mache auch den Sound wieder an. Dann könnt ihr den Song vielleicht noch hören. Und wenn der nicht geclaimt wird, lasse ich ihn drin. Ansonsten kann ich ja Tonspuren zum Glück nachträglich rausschneiden auf YouTube. Das mache ich zur Not. Gut. So, ich bin jetzt weg. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns dann demnächst wieder mit anderen Spielen. Und vor allem natürlich auf dem Hauptkanal. Macht's gut. Bis bald. Tschau. 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 Tau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020